Hallo liebe Leute, willkommen zu einem kleinen, wieder mal einem kleinen Infovideo. Als erstes möchte ich euch danken für 801 Abonnenten. Es wird leider, wie ihr mich kennt, ich bin ziemlich voll was das angeht, keine Abosbäche geben, ich glaube ich mach dann mal irgendwann mal 1.000, 2.000 oder so. Einfach weil irgendwie, ja mir fehlt irgendwie immer so die Idee und dann schiebt man es doch so wieder nach hinten und auf einmal hat man dann schon diesen Meilenstein erreicht. Also, hat nicht ganz geklappt diesmal, wieder. Ich möchte außerdem einmal eben schnell meinem lieben Herrn Kat9912 danken. Er hat nämlich den Hintergrund für den Channel gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich möchte ihm gerne noch einmal danken, weil er hat es sich auch gewünscht, dass ich ihm einmal danke und ich meine, er hat es sich verdient. Ich mag den Hintergrund, er gefällt mir. Auch wenn jetzt gerade mein Browser irgendwie rumbackt und das hier irgendwie doppelt darstellt, aber das ist mein Browser, der ist mal wieder doof. Okay, egal. Auf jeden Fall. Es geht jetzt darum, und zwar der Uploadplan. Nach 800 Abonnenten und irgendwie meinem sehr komischen Ich lade irgendwas mal zwischendurch hoch. Also irgendwie total unregelmäßig. Habe ich mir jetzt gedacht, ich mache jetzt endlich meinen Uploadplan. Und der sieht wie folgt aus. Ich werde ab jetzt immer im Zwei-Tages-Rhythmus Team Fortress hochladen. Das heißt, montags, mittwochs, freitags. Das heißt, montags und freitags kommen die normalen TF-Parts und mittwochs kommt das Schadensrezept. Zwischendurch kommt dann immer im, auch immer, also immer im Wechsel von Tag zu Tag Limbo und Superbeet, ja nicht Superbeet, aber Limbo und Binding of Isaac. Das heißt, jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, Montag kommt jetzt Binding of Isaac, Dienstag Limbo und so weiter halt. Sonntags lasse ich quasi komplett frei. Sonntags ist ja mein Chill-Tag. Hat eigentlich den Grund, uploaden dauert seine Zeit. Und da ich sonntags relativ spät aufstehe, bedeutet das meistens immer, dass ich sonntags nichts im Internet machen kann, weil ich uploade. Weil Upload zieht ja auch Internetleistung. Bedeutet im Endeffekt so viel, ich kann dann meist den ganzen Sonntagnachmittag nicht zocken, kein TF2 oder so. Das heißt, sonntags ist jetzt quasi meine Art Chill-Tag, sonntags mache ich gar nichts. Aber ich denke, das werdet ihr überleben, wenn ich mal einen Tag nichts mache. Aber halt wie gesagt, TF2 immer im Zwei-Tages-Rhythmus, die anderen zwei Spiele immer im Ein-Tag-Rhythmus, dass sie sich immer wechseln. Und dann hoffe ich, dass ich das auch durchhalten werde. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Für die, die es interessiert hier, Videos. Da habe ich schon mal ein bisschen gerendert. Also da kommt noch so ein bisschen, auch wenn vieles schon hochgeladen ist, aber... Und so weiter halt. Also, ihr versteht schon. Auf jeden Fall nochmal Danke für 800 Abonnenten. Danke an Cut9912921. Und ansonsten, danke an euch, dass ihr mich hier so unterstützt. Immer Likes gibt, immer die Videos schaut. Die kommentiert, da freue ich mich ja nicht am meisten drüber. Likes finde ich immer gut, Kommentare noch besser. Weil es gibt mir halt immer so ein Feedback und ich liebe dieses Feedback. Einfach so, die Leute mögen, was ich mache. Die Leute sind zufrieden damit. Oder, hm, das ist das, er findet das scheiße. Das könnte ich vielleicht umändern. Das ist einfach so, eure Kommentare helfen mir, mich zu verbessern. So ist es im Grunde. Da wird jetzt eigentlich auch schon alles gesagt. Ich werde jetzt, wie gesagt, ich werde das jetzt so hochladen, wie ich es gerade gesagt habe. Und, ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dankeschön. Bis dann.